Yay! Heute nicht mein Tag. Nicht mein Tag. Nicht dein Tag, ja toll. Penis. Lach auch an der ersten Witch. Ach so, kein Penis? Ne. Ist selber einer. Ne, ne. So. Ja, komm mal um die Ecke. Er rennt dahinten lang. Ah, wir sind auch vorher links-rechts gegangen. Hallo. Sollen wir hier? Weiß ich nicht. Ah, T-Free. So, brauchen wir nicht. Hm. Ich bin aber ruhig drauf. Gehen wo ich bin, geht's raus. Ja, ich weiß. Da ging's nämlich nicht lang. Hier ist nix mehr, okay. Du musst ja immer in die Schussbahn reinlatschen. Ja. Du kannst doch mal in die Schuss. Ne, diesmal bin ich hinten. Da kann ich das mir nicht einräumen. Ach, komm mal hier oben. Was? Alles für die Zombies wieder. Ach, ohne. Oh. Hm. Ja, jetzt muss ich unbedingt nachladen. Meiner. Ja, das ist nicht wahr. Verdammte Scheiße, haltet ihr dieses Ding auf. Das weckert der rum. Was? Drecksviech. Ja, ja. Drecksviech. 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 Ich glaube, wir gehen grad die Level durch einfach nur so. Ja, ja. Aber dafür kämen wir sie auch mal. Ganz Zeit. Ja. Ja. Jawoll. Hier ist die Witch irgendwo. Ach, scheißer Pflichtausfall nicht rum. Die Gleise. Nee, hier links, links, links. Da waren wir. Hast du nicht gesehen? Nö. Ich lacht da unten ganz Zeit. Ich dachte, so herrschießt du mal drauf. Danke. Komm Luis. Nö, ich hatte nicht gesehen, dass die da mit einmal war. So, die können mich gar nicht heilen. Naja, heil ich mir einen selber. Ja. Mach das mal, Mädchen. Die Mädchen müssen sich immer selber einigen, weißt du doch. Hehehe. Go, 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 go. Weiter. Ist da was dran? Ja, ein Zombie. Und Waffen. Ja. Munition, ne? Munition. So, doch klar ey, bist du bei den Munitionen, da kommen direkt die ganzen Zombies. Ey, genau. Splitter, willst du mich verachten? Ja, pass auf, Boomer, Boomer, Boomer. Oder? Also nicht. Meinst du totes? Hups. Alles gut bei dir. Bei mir ja. Okay. Ich spring dir mal runter. Hast du wieder vor? Hm. Ach ja. Ich bin jetzt mal runter. Hm. Hi. Die Brücke können wir sicher haben. Was? Wahrscheinlich müssen wir hier drin denken, was machen. Da haben sie die Brücke mit dem abgekoppelten Waggon. Ah, guck mal. Pillen. Hier sind Waffen. Waffen. Sauber. Geil. 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 nicht da hochgehen das bitte rotze hallo zombies ja seid ihr denn ja ich hätte gesagt ich muss helfen weil es kam dann nicht okay wenn alle da vor ich bin so viele mit einer auf die kommenden so ist ja geil hier ja nein ich muss nicht auf die ich mache zu danke das auf mich geschossen aus dem flash ja und du warst ja noch voll den 12 schuss sie hast du bei mir auch schon längst verteilt was ja mit der witsch egal ein punkt besser als du hier medis meins war klar ganz schnell geschnappt wenn jemand die medis gesehen da warte schon am looten andere waffe ja toll noch im weg stern wie immer ja wie immer ist klar und du hängst da schon wieder rum ja denn ich wasche jetzt noch vor das letzte schon wieder ne tank 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 hat ja auch schon lange im und will er eigentlich immer mich danke dass mich nur box hat und dreck sagt mädchen bis komm geht drauf ja ist da und ja wenn wir hier oben so sniper also bill ist noch ein hunter ist schon tot da war ein boomer oder mir beim pillen ja hab ich doch gesagt der flash ja lecker nicht das erste was da rumlagt vorsicht mann ach lass die trauen gammeln ich bin auch alleine schon in wen wir beide treppe runter kommen auch keine zombies ich glaube wir müssen sagen ich habe immer noch die puma kotze vom ersten level ok doch schießen wenn du mir auch um einen weg stehst nachher oder werden wir für die lüse red wird angeschossen man kann ja immer noch ein zombie sein so sieht es aus und ist aber lang also hier nicht hatte mal eben was soll ich schon wieder da weil da ging es nicht weiter und sein dass wir viel richtung müssen ich habe louis nicht meine schmerzmittel ich wollte euch selber machen wir müssen woanders sind müssen wir sicher hier lang dahin ging es nicht weiter aber hier geht es weiter ja und normale von den boli hier geht es auch nichts ich glaube da unten ja genau hunter ihn mit aber irgendwo muss gewittscht gewesen irgendwo ja irgendwo lecker wirklich lecker hm hm noch irgendwas und die Tür ist nichts ein sniper also die level sind er jetzt so richtig berauschend was verlangt sind ich auch hier nicht durch das fenster oben durchs fenster kennen sie sich ja kommt also ein einziger widerlicher zombie der vorne an der schnauze denkt er geht immer auf den sack ich mache das so nicht jetzt war er doch da ist ja klar dass da wieder zum wie das war es teile ich mich aber dennoch nein lassen offen sagt bescheid so er auch zu macht immer zu meine güte finale in erfahren kommt jetzt